Nummer 4 Diese leichte Sonnenliege wiegt nur 4 kg, kann in drei Teile gefaltet werden, um minimalen Platz zu beanspruchen und leicht zum Meer, Strand, Schwimmbad, Garten, Camping transportiert werden. Sie ist ausgestattet mit einem bequemen Kopfstützkissen, einer in fünf Relaxpositionen verstellbaren Rückenlehne, einem Sonnenschutzdach und soliden Mittelbeinen für maximale Stabilität. Sie hat Schrauben aus rostfreiem Stahl, einem strapazierfähigen Textilgewebe, das in verschiedenen Farben erhältlich ist. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3 Dieser vielseitige Liegestuhl verbindet ausgezeichnete Funktionalität mit einem robusten Design. Die in vier Positionen verstellbare Rückenlehne, die verstellbare Sonnenblende, die weiche Kopfstütze und die bequeme Liegefläche sorgen für maximalen Komfort. Der dreifußige pulverbeschichtete Stahlrahmen verleiht dem wartungsfreien Liegestuhl extreme Stabilität und maximale Kippsicherheit. Seine praktischen Griffe machen den leichten Liegestuhl ideal für den Transport. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Die Sonnenliege von Tityat aus Aluminium und Textilene ist faltbar, langlebig, platzsparend, leicht zu transportieren, hat ein verstellbares Verdeck und eine verstellbare Rückenlehne für maximalen Komfort. Die Sonnenliege ist ideal im Garten oder am Strand, um einen herrlichen Tag zu genießen. Den Amazon Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1 Perfekt für den Garten, den Strand, den Swimmingpool und andere Orte im Freien ist diese Sonnenliege mit einem Sonnenschutz konzipiert, um Ihnen jeden Komfort zu bieten. Sehr stabil, zusammenklappbar und leicht transportierbar. Abnehmbare Kopfstütze und verstellbare Mehrwinkelrückenlehne. Der Sonnenschirm kann um 360 Grad gedreht werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Strapazierfähiges Gewebe, UV-Schutz, wasserdicht, atmungsaktiv, schimmelhemmend und leicht zu reinigen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie alles mit Zachtel machen. Kaufen Sie diesen Kanal, diferen01.